Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego The Movie, der Videogame. So, wir sind hier gerade dabei, sie unter Sturm zu versetzen oder was ähnliches. Ah, Musik! Okay, das sind nur die Boxen im Arsch oder sowas ähnliches. Dann müssen wir wahrscheinlich da hochkommen. Was die mich hören. Ah, klar. So, reparieren wir das Ding mal. Es sind echt Boxen. Oh, okay. Ach, hier lag nicht zufällig eine Anleitung für eine Abrissbirne rum, oder? Ach, ich hab sie gesehen. Hol diese faulen Clowns daraus. Dann gehört sie dir. Ich will mal eine Vision für sie, weil sie höher springen kann. So, wir werden gleich mal ein Disco haben hier. Da sollten die ganzen Barbeider kommen. Oh, everything is awesome! Ich liebe dieses Lied. Das Lied ist spitze! Hurra, Party! Stimmen! Komm, feier mit uns! Du bist mein Held! Du riechst gut! Ab geht! Wie viel schwer! Oh, oh! Bravo, Mädel! Du hast gute Körperbeherrschung! Oh, komm schon! Gib dir mir Mühe! Du hast ja in die Pfeil! Oh, ja! Du bist echt schlecht! Du bist echt schlecht! In diesem Kreis drin ist. Wow! Cooler Geräusch! wow! Du bist der Beste! Pokémon, so! So, dann haben wir mal diese Anleitung endlich. Dann kann ich mit den Abrissbirnen beginnen. Okay Männer, baut mir eine Abrissbirne. Gut, dann waren wir mit den Abrissbirnen. Einmal komm her, wir fangen an. So. Ich werde noch ein bisschen schneller wie das letzte Mal. Äh, da ist die Dame. Was ist das Idee eigentlich? Cool, ganz schön. Holt gut aus und macht diesem grässlichen Anblick ein Ende. Ja, und nochmal. Sehr gut und genau rechtzeitig. Ich gehe heute nach der Arbeit in die Sports Bar. Wer will leckere Chicken Wings essen und abfeiern? Chicken Wings? Ich liebe Chicken Wings. Hey, wer will mit mir ein Croissant teil? Croissants? Ich liebe Croissants. Oh ja, und ich liebe Riesenwürste. Riesenwürste? Echt jetzt? Wisst ihr, was ich am liebsten tue? Mit Leuten, die mir wichtig sind, was leckeres essen. Brett, Barry, Gale, wie wärs? Nein! Halt, Leute! Wartet! Okay, wir sehen uns dort! Wo ist sie hin? Ah, da bist du ja. Ich glaub, da war ein Wusch. Hey, Kumpel, ich sag's nur ungern, aber du dürftest hier eigentlich nicht sein. In den Regeln steht ja auch extra, melde sofort, wenn du irgendetwas Seltsames siehst. Nun? Ich fürchte, ich muss dich melden. Äh... Warten Sie! Hallo! Ich wollte Sie nicht erschrecken! Es tut mir hel... So, wir sind wieder. Nach dem Intro, das wir da rausschneiden wahrscheinlich werden müssen, sind wir jetzt in den Kanal gefallen. Nachdem wir eine unbekannte Dame gesehen haben. Okay. Das ist alles nix mit einer Fahne und Badewanne oder sowas eigentlich. Ein bisschen makaber eigentlich, das Ganze. Ach du Scheiße! Junge, geht weiter. So, ja, wir gerade haben beim Intro wieder gesehen, dass wahrscheinlich wieder nichts zu sehen war, dass er einfach nur angekommen ist und dann dass der Gegenstand des Widerstandes gefunden hat und er damit jetzt zum Helden werden kann, aber das werden wir wahrscheinlich noch später noch sehen, diejenigen, die das Video gesehen haben, kennen das schon bereits. Äh, das Video eigentlich ist ein Film, meine ich. So, und jetzt, weiter. So, sind wir hier angekommen, keine Ahnung, was sie jetzt machen muss, ah, jetzt habe ich sie im Gepäck, was kann denn sie so spucken, okay, sie kann, sie kann sich als Stange nacken, und dann heißt es auch hier, sehr schön, das kann lustig werden, du kannst ja von den Wändern springen, ich weiß nicht, was muss ich da machen können, warte mal, es muss was gehen, an der Seite, an der Seite war ja auch vielleicht noch was, habe ich gar nicht gesehen, aber ich gar nicht weitergeschwungen bin, das können wir uns mal anschauen, wir können aber hier manchmal etwas klein hauen, aber ich glaube, hier ist doch nichts, ich muss trotzdem da drüben weiter, dementsprechend wartet der Amateur schon bereits da drüben, aber ich denke, ich muss hier irgendwie von der Wand abspringen, ah, geht ja doch so. Hä, aber hier komme ich da nicht hoch, warte mal, ah, jetzt hätte ich es doch geschafft, das ist anscheinend gar nicht so einfach, warte mal, nochmal runter, ah, ich will runter, ah, ich will runter, ah, das ist ein bisschen hartnäckig, habe ich das Gefühl, muss echt am richtigen Ort stehen, damit es funktionieren tut, ähm, ich habe gerade das Gefühl, das ist ein bisschen versetzt ist das Ganze, hm, das ist ein bisschen tricky, muss ich sagen, haben wir jetzt fast geschafft, da kam ich in die Höhe, Oh, da kam jemand da besser hoch, ne, da kam ich hoch, ah, auf was? Mein Gott, ich hatte es ja vorhin mal fast geschafft. Wie habe ich denn alles gemacht? Ich bin nur... Ich glaube nur... Ah, jetzt geht es. So. Bisschen mehr Anlauf, dann klappt das auch. So. Kann ich jetzt diese Klohäuser aufhauen? Tatsächlich. Ah, kurz um klein hauen hier. Oh, wo sind wir hier denn? Ähm. So, in dieser Ausgang will ich überhaupt, hm? Mann, ich habe schon wieder meinen Bohrer vergessen. Wo hast du ihn diesmal gelassen? Also, er muss doch irgendwo... Hey, hast du einen Bohrer dabei? Mein Freund hat seinen vergessen. Auf jeden Fall weiß ich, er ist irgendwo... Ach so, da. Dann proben wir mal. Äh, wenigstens einer, der an so einen Bohrer gedacht hat. Hey, danke Kumpels! So, hier sind wir wieder gratis Spiel abgestürzt, aber ich bin hier zur gleichen Stelle gegangen. Ähm, wir haben jetzt einen neuen Charakter. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir jetzt neue Sachen machen können damit. Ähm, ich gehe mal schon mal erst hier hin. Wo hier ist denn was? Was? K? K? Das ist keine K? Was? Kann ein Fabriker weiterkaufen. Okay, klar. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Ich bin hier gespannt, was jetzt passiert. Und du gestern? Wo ist meine Hose? Ey, ihr beiden! Gleich ist Feierabend und ihr habt noch nicht mal ihr Veranda für das Haus gebaut. Wollt euch die Montageanleitung aus dem Montageschacht. Ähm, ja. Gut, wir sind wieder da, wo wir eigentlich angefangen haben, dass es innenlos nicht ganz richtig gelaufen ist gerade. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Level verlassen. Level verlassen. Level verlassen. Wie soll ich sagen, dass ich jetzt das Ganze wiederholen muss? Soll es der Fall sein, soll das Video wirklich so gut geschaut werden. Wäre ich natürlich dann nochmal wiederholen, um euch zu zeigen, dass das Spiel weitergeht. Aber dafür müssen ja schon ein paar Klicks da sein. Unter 100 geht da gar nichts. Wobei, ne, unter 300 geht da gar nichts. Das Spiel hat schon über 1000 Klicks, das Erste. Ja, dann sind wir da, wo wir vorhin schon waren. Das ist ein bisschen rätselhaft. Gut, ich weiß nicht, dass wir jetzt schon wieder hier raufkommen. Das geht natürlich jetzt total fix. Nämlich, oh. Der Vorwurf-Effekt. Vorhin ging es immer total fix. Oh Mann. Komm, wir runter. Und runter. So. Also, heute ging es total fix. Also, ich habe herausgefunden, dass ich hier ein bisschen anspringen muss. Jetzt sind wir am gleichen Ort üben wie letztes schon. Das kann echt nicht wahr sein. Ah, mein Gott. Es ist mit dem Springen zu tun. Man muss echt hier, äh, am richtigen Moment, am richtigen Ort, äh, an die Wand kommen. Damit man hier, genau, rüberstoßen kann. So. So, jetzt will ich echt wissen, was denn hier draußen durchgehen könnte. Hier ist die Sackgasse. Hier ist nicht durch. Wow. Das ist seltsam. Ich schwebe stein stark. Hab ich daran gedacht? Mann, ich habe schon wieder meinen Bohrer. Hey, hast du einen Bohrer dabei? Mein Freund hat seinen vergessen. Auf jeden Fall weiß ich, er ist irgendwo. Ich habe mich noch vorhin gebohrt, was das Spiel abgeschmützt ist. Ich suche es nochmal. Aber hier passiert nichts mehr. Diese Plattform sieht auch ganz komisch aus. Ne, hier passiert nichts. Na gut, dann gehen wir hier mal raus, äh, aus dem Park. Hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Nein, theoretisch. Hier war, ich kam hier raus, ich kam hier rein. Ja, dann gehen wir mal raus aus der Baustelle. Ich glaube, wie der Film eigentlich losging. Ich bin mit dem Film, ah, mit ihr weiter. So, was ist denn eigentlich hier? Hm, da komme ich wahrscheinlich runter. Sonst kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mit ihr. Muss ich hier weiter gehen, weil er sie Fähigkeiten hat und event nicht. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan, was ich machen muss. Was ist denn das da hinten? Ich sollte ihm einen Brief schreiben. K, was mache ich jetzt? Hä? Was mache ich da? Hä? Was ist das? Äh, Kp jetzt gar nicht. K. Ähm, was zum Teufel ist das, wenn das jemand weiß, kann das bitte in den Kommentaren schreiben. Was ist das denn Passwort oder ein Cheatmodus oder sowas? Okay, da geht es weiter anscheinend. So, jetzt muss ich die Karte drücken. Oh, das muss ich mal was. Moment mal, die kann da hoch spielen? Aha. Da kommt die Wand zu springen? wieder okay das ist echt ein jump in ich glaube ich müsse da unten hinkommen jetzt muss ich wahrscheinlich hier im letzten moment auf springen dass ich da hoch komme da dieser pinkige ding kann ich mich hochklettern weil ich oben da bin sie waren aber warte mal jetzt wenn das schon da ist gehen wir doch mal rüber zur baustelle ich glaube was ist denn das hier polis ich brauche jetzt was Wir schauen einfach mal was da oben noch genau ist. Ich war hier noch nicht da, vielleicht geht es eh weiter. Ok, jetzt versuchen wir mal eine Klettermission hier. Da stehen irgendwas in den Kisten, die sonst hier hoch. Ok, oder doch nicht? Hä? Wissen wir was? K. Emmett? Ich muss Emmett haben, was? Was immer da oben ist, dazu brauchen wir wohl anscheinend Emmett. Und ich habe Emmett gerade nicht dabei in dem Moment. Was uns helft denn das jetzt hier? Klar. Ok, da brauchen wir den Spacetyp. Also ich sehe schon, dass alles ein bisschen hier abgekatert, dass man gewisse Charaktere braucht, um weiterzukommen. Das hat mich sehr lustig gemacht. Ich denke auch, dass wir die Folge inzwischen voll haben, auch mit den rausgeschnittenen Videos. Wenn ihr sehen wollt, wie ich hier weiterkomme, oder ob ich weiterkomme, dann schreibt mir erstmal wieder rein, wenn es heißt, Lego Mobile, der Videogame. Einmal versuche ich es jetzt hier hoch zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gehen müsste, aber naja. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass mir ein leichteres Gefallen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.